Vortrags lautet Demokratie in der Krise. Und da verlasse ich lieber die Bühne. Wie sieht der ideale Staat aus? Dieser Frage wollte ich nachgeben mit 500 Schülern aus der 10. und 11. Klasse im Philophilfestival in Köln vor einigen Jahren. Dazu machte ich mit Ihnen ein Inselexperiment. Sie sollten sich vorstellen, Schiffbrüchige zu sein aus verschiedenen Ländern, die auf eine einsame Insel kommen, die sehr stark vom Klimawandel bedroht ist. Erst sind sie erleichtert, dann stellen sie fest, dass die Regeln der Heimat nicht mehr gelten des Zusammenlebens und wissen nicht weiter. Sie diskutieren, es gibt viele Meinungsverschiedenheiten und die Frage ist, welche Regeln brauchen wir, um zusammenzuleben? Wie können wir Gewalt und Konflikte verhindern? Und was haben Philosophen zu diesen Fragen gesagt? Ich war sehr erstaunt, als ich feststellen musste, dass über ein Drittel dieser Jugendlichen ungefähr sagte, die Welt geht sowieso unter, was gehen mich die zukünftigen Generationen an, die kenne ich doch gar nicht. Lasst uns wenigstens noch ein Weilchen gut leben. Und daraufhin gefragt, wie denn überhaupt das Zusammenregeln zu regeln sei, antworteten sie, durch einen Anführer, den wir bestimmen, denn sonst hauen wir uns sowieso nur die Köpfe ein. Sie hatten also eher ein Menschenbild von Hobbes als von Rousseau. Demokratie schien für dieses Drittel keinen Wert zu haben, nicht wichtig zu sein für ihr Leben. Unwillkürlich musste ich mir ein Bild in meinem Kopf vorstellen, wie diese Jugendlichen in ein paar Jahren auf der Insel sind und zusammenleben. Und dieses kam mir in den Kopf. Jedenfalls eine Gesellschaft, die ich meinen eigenen Kindern, zehn und sechs Jahre alt, für ihre eigene Zukunft nicht wünsche. Ich habe mich hier also gefragt, woher dieser Nihilismus kommt. Ob er einem allgemeinen Trend entspricht oder ob es nur ein Ausreißer war. Und ich möchte Sie einladen, mit mir kurz zu überlegen, inwiefern die Demokratie in der Krise ist und wie wir gemeinsam Ziele anstreben, um sie zu überwinden, diese Krise. In welcher Situation befinden wir uns heute? Die Protestwähler haben rasant zugenommen und rechtspopulistische Parteien wie die AfD, die FPÖ und der Front National sind so stark laut Umfragen wie seit den 1930er Jahren nicht mehr. Im Westen können wir zwei Muster erkennen. Entweder die Demagogen werden an die Macht gewählt, wie in den USA, Ungarn, Türkei und Polen. Oder die Politik versteckt sich hinter technokratischen Fragen und verliert an Volksnähe. So wie die Regierung in Deutschland und in Großbritannien. Die Demokratie ist in der Krise. Die Frage aber ist, wie tief geht diese Krise? Geht es nur um die Regierungen, die abgewählt werden, und Parteipolitiker? Oder ist das Rückgrat der Demokratie betroffen, die Legitimation? Geht es also nur um den politischen Alltag? Oder geht es um die Regierungsform und Lebensform an sich? Umfragen zur Bewertung der Demokratie und des demokratischen Systems zeigen erschreckende Trends. Die World Value Surveys zeigen, dass in westlichen Ländern diejenigen ansteigen, die sagen, Demokratie sei eine schlechte oder sehr schlechte Art und Weise, das eigene Land zu regieren. Das gilt besonders für die USA, aber auch für europäische Länder. Und hier wurden Länder herangezogen wie Deutschland, Schweden, Niederlande, Spanien, Polen und Großbritannien. Schlimmer noch, Sie sehen an dem Bild, diese Umfragen zeigen, dass die jüngere Altersgruppe Demokratie als Regierungsraum tendenziell schlechter bildet als ältere Altersgruppen. Siehen wir uns mal unser Nachbarland Frankreich an. 62% der jungen Franzosen zwischen 18 und 24 Jahren stimmen 2015 dem Statement zu, notwendige, aber unpopuläre Reformen in die Hände nicht gewählter Experten zu legen. Und immerhin 37% dieser Altersgruppe sind völlig einverstanden damit, dass die Lenkung des Staates an eine politische Autorität geht, Zitat, die nicht demokratisch kontrolliert wird vom Parlamenten. Demokratie ist also kein Aufzug, der einfach nach oben fährt. Bis jetzt haben die Politikwissenschaftler geglaubt, dass Demokratien, wenn sie sich einmal etabliert haben, sich einfach weiterentwickeln, positiv. Historisch gesehen ist es auch der Fall, bis auf einige Ausnahmen, die wir alle kennen, beispielsweise die Weimarer Republik. Heute wissen wir, dass autokratische Erstarkung möglich ist, dass Demokratien fragil sind und dass der Aufzug auch wieder runterfahren kann. Warum ist aber die Demokratie in eine Krise geraten? Ich denke, weil die gesellschaftlichen Voraussetzungen heute ausgezehrt sind. Der freiheitlich-demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das mag ihn bekannt bekommen. Er braucht die moralische Substanz des Einzelnen. Er braucht die Zusammengehörigkeitsgefühle der Gesellschaft. Er braucht ein gemeinsames Ethos und ein Gemeinsinn bei denjenigen, die im Staat leben. Das ist ein Ausspruch eines ehemaligen Bundesverfassungsrichters namens Böckenförder aus den 70er Jahren. Das heißt, die politische Gemeinschaft, das We the People, ist zersprungen in Gruppierungen und Abspaltungen, die kaum noch miteinander sprechen. Jeder glaubt, die Wahrheit zu kennen und sie tauschen sich nicht mehr aus. Und das wird noch verstärkt durch die Kommunikation in sozialen Medien, in den sogenannten Echokammern, wo jeder nur noch mit seinesgleichen kommuniziert. Die Quellen der Solidarität, das soziale Kapital sind aufgezehrt. Schlimmer noch, wir hörten vorher, Lügen und Fake News zersetzen heute auch noch die geteilte Wirklichkeit. Diese aber ist Grundlage für eine politische Gemeinschaft. Ohne geteilte Wirklichkeit keine Demokratie. Gerade in postfaktischen Zeiten müssen wir um die Wirklichkeit ringen. Sie ist nie gegeben. Wir müssen um sie streiten. Gerade in politarisierten Gesellschaften. Das ist der Kern des Politischen. Raus aus der Blase. Die Krise der Demokratie ist also im Kern eine gesellschaftliche Krise. Nachdem wir über die Demokratie gesprochen haben, möchte ich aus zwei weiteren Herausforderungen unserer Zeit zu sprechen kommen. Erstens, wir sind die ersten Generationen, die den menschengemachten Klimawandel wissen. Also die Bedrohung des Planeten und der Zivilisation. Zweitens, sind wir heute Zeugen fulminanter technologischer Entwicklungen, die unser Leben sehr stark beeinträchtigen und verändern werden. Denken Sie an Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder auch synthetische Biologie. Zum ersten Punkt. Der Klimaforscher Hans-Joelm Schellenhuber hat errechnet, dass wir eine 19-prozentige Chance haben, das Ruder rumzureißen und Maßnahmen zu ergreifen, um rechtzeitig den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Ein Fünftel Chance für das Überleben der Menschheit. Das ist erschreckend wenig. Es brauche, so Schellenhuber, einen moralischen Paradigma wechseln. Ähnlich dem, der 1865 zum Ende der Sklaverei in Amerika geführt hat. Damals gab es die Zukunftsvorstellung, dass der Mensch frei und gleich ist vor dem Gesetz. Das hat dazu geführt, die Sklaverei abzuschaffen. In Bezug auf den Klimawandel stehen wir heute vor einer Weggabelung, können dort aber nicht lange verharren. Das betrifft auch den zweiten Punkt. Die technologische Entwicklung. Im Zeitraffer stellt sich mir sie so dar. Die Industrialisierung hat unsere Muskelkraft substituiert. Heute wird unsere Feinmotorik durch Roboter substituiert. Bald substituieren wir unseren Geist durch künstliche Intelligenz und dadurch uns selbst. Je weniger wir die Krise der Demokratie in den Griff bekommen, desto mehr schreiten Klimawandel und technologische Entwicklungen ungezügelt voran. Desto weniger sind sie gestaltbar. Entsprechend hat sich eine gesellschaftliche Stimmung breitgemacht, die den Status quo bewahren will. Alles soll so bleiben, wie es ist. Aber das geht nicht, weil sie sonst vom Klimawandel und der technologischen Entwicklung überrollt werden. Diesem gesellschaftlichen Stimmung entspricht auf fatale Weise ein politisches Aufsichtfahren, ein Schielen auf die nächste Wahl, auf die letzte Umfrage, ein kleinmühliges Aufschieben unseres Handelns, weiterwurschteln auf Kosten der zukünftigen Generationen. Politik versteckt sich heute sehr oft hinter kleinen, oft technokratischen Fragen, weil sie die großen Fragen, die wirklichen Fragen nicht stellen will. Auch nicht die Frage, welche Ziele wir haben, die unser Handeln eigentlich ausrichten sollen. Es fehlt in erstaunlichem Maße an Orientierung, an einem ethischen Kompass. Wir stochern im Nebel. Nehmen wir ein Beispiel der künstlichen Intelligenz. Stephen Hawkins sagt, in den nächsten 100 Jahren werden Computer mithilfe künstlicher Intelligenz die Menschen überholen. Deswegen müssen wir schleunigst alles unternehmen, damit die Computer ähnliche Ziele haben wie wir. Nach der Krise der Demokratie, dem Klimawandel und der technologischen Entwicklung möchte ich nun über die Ziele zu sprechen kommen, die notwendig sind, nicht nur für die künstliche Intelligenz. Was sind unsere Ziele? Was ist unser Warum? Und haben Computer Ziele? Im Englischen gibt es zwei Worte für Ziel. Goal und Purpose. In Goal schwingt keine Bestimmung mit, kein Ethos, kein Zweck. In Purpose sehr wohl. Hawkins wird übrigens Goal benutzt, also auf dem Englischen. Die technologischen Entwicklungen sind aber nie Zweck an sich, sondern nur Mittel zum Zweck. Mittel, um uns ein gutes Leben zu bescheren. Was wir also brauchen, ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über unsere Ziele. Und zwar über Gruppierung und Lager hinweg. Wie wollen wir in Zukunft leben? Was bedeutet gutes Leben? Welche Werte streben wir überhaupt an? In welchem Zustand wollen wir den Planeten, den zukünftigen Generationen überlassen? Und was bedeutet das konkret für unser Handeln hier und jetzt? Aus den Bestimmungen dieser Fragen erwächst eine Erzählung. Eine Erzählung über eine politische Gemeinschaft, die wir sind. Jenseits aller Differenzen. Die gute Nachricht ist, dass die Voraussetzungen des freiheitlichen Staates, von denen Birken für heute sprach, der gemein sind und die demokratische Bande erneuerbar sind. Und dass wir diese dringend erneuern müssen, um aus der Krise der Demokratie rauszukommen. Wir dürfen es nicht den Populisten überlassen, zu bestimmen und einfache Antworten zu geben auf die Frage, who is we the people? Wer sind wir, das Volk? Und was sind unsere Werte? Nur dann, wenn wir ein Wir haben, können wir auch über Werte streiten. Aber wie kann so eine gemeinsame Zielbestimmung überhaupt konkret aussehen? Seit vielen Jahren arbeite ich über demokratische Innovationen und die Frage, welche Rolle sie spielen können für die Transformation der Gesellschaft hin zur Nachhaltigkeit. Vor einem Jahr wurde ich gebeten, vom Umweltministerium ein Konzept zu erstellen, um Bürger zu beteiligen an dem sogenannten integrierten Umweltprogramm 2030. In sechs Hauptstädten der Bundesländer gab es Bürgerräte und auch einen Jugendrat, der diese Fragen diskutierten. Wie wollen wir 2030 leben, arbeiten, wirtschaften? Und wie kommen wir dahin gemeinsam? Die Ergebnisse wurden dann in öffentlichen Veranstaltungen diskutiert, in Anwesenheit der Ministerin, der Staatssekretäre. Es gaben 450 Lösungen als Ergebnis zustande. Darauf hatte ich insistiert, dass diese Lösungen nicht einfach im Nirwana verschwinden, wie das meistens bei Beteiligungen der Fall ist, sondern sich eins zu eins im Programm wiederfinden. Die kann man nachlesen. Und diese Lösungen sind viel radikaler als die Vorschläge des Ministeriums. Man kann es aber kaum beschreiben, was gut gemachte Partizipation auslöst an Kreativität, aber auch an Gemeinwohlorientierung von Leuten, die zufällig ausgewählt wurden und die nie miteinander gesprochen hätten, weil sie aus verschiedenen Milieus kommen und aus verschiedenen Altersgruppen. Deshalb möchte ich Ihnen ein paar kurze Eindrücke von diesen Bürgerräten schildern. Eine ältere Dame sagte beim Interview nach diesem Bürgerrat, ich bin als ich in diesen Bürgerrat reingegangen und bin als wir rausgekommen. Sie hatte nie im Leben mit Leuten aus so unterschiedlichen Hintergründen diskutiert. Jugendliche waren erstaunt, wie interessant es sein kann, sich mit Zukunftsfragen zu beschäftigen. Auch die, die sich ansonsten für komplett unpolitisch halten. Die Ministerin und die Staatssekretäre waren überrascht, mit welchem Engagement und Intensität die Bürger diskutieren und Lösungsvorschläge erarbeiten. Und dass es keinen Wunschzettel ans Christin am Ende gab, sondern dass lauter machbare, realisierbare Ideen herauskamen. Und sie bekamen ein Gefühl dafür, wie ein kooperativer Politikmodus aussehen könnte. Die Frage ist aber, wie kommen wir sozusagen dahin, nicht nur punktuell konkrete Zukunftsvorstellungen uns zu erarbeiten, sondern eben systematisch. Und daher haben Klaus Leggewie und ich eine Innovation entwickelt, die wir den Zukunftsrat nennen. Ein Zukunftsrat ist eine dauerhafte Einrichtung einer Gemeinde, eines Bundeslandes, auch eines Landes, die wichtige Zukunftsfragen identifizieren und Lösungsvorschläge erarbeiten. Es ist gedacht, um ein Gegenmittel zu haben gegen die Gegenwartsfixierung der Politik, die auf Sicht fährt. Langfristige Themen hängen natürlich davon ab, wo diese Gemeinde sich befindet oder die Stadt oder das Bundesland, welche Probleme da herrschen. Es kann die Digitalisierung, die Zukunft der Arbeit betreffen. Es kann den Strukturwandel der Autoindustrie betreffen angesichts der E-Mobilität. Jedenfalls geht es um 15 zufällig ausgewählte Bürger und der Zufall soll die Vielfalt einer Gemeinde oder eines Landes abbilden. Die treffen sich regelmäßig für ungefähr zwei Jahre und die Produkte dieser Beratungen, das sind ja keine Entscheidungen, denn die Bürger sind ja nicht gewählt, das sind nur Beratungen, diese Empfehlungen werden an den Gemeinderat oder an den Landtag weitergegeben. Der, der darauf reagieren muss, ein verbindliches Feedback ist notwendig. Der Zukunftsrat ist ein Teil einer breiteren Sphäre des Politischen, der Gesamtheit der beratenden Gremien, wo Bürger Überzeugungen austauschen und darüber eine politische Gemeinschaft erneuern. Und diese breitere politische Sphäre nennen wir die Konsultative. Und weil Legislative und Exekutive verbindlich darauf reagieren müssen, auf diese Empfehlungen, das heißt, sie müssen sagen, ob und warum und welche Wirkungen diese Ergebnisse auf ihre eigene Politik haben, nennen wir die Konsultative auch die vierte Gewalt. Dagegen ist es so, dass Zukunft für heutige Politik heißt, Schlimmeres verhindern, Wohlstand bewahren, keine Experimente bitte. Einigen aber dämmert, dass es so nicht weitergeht und dass wir Zukunftsvorstellungen brauchen, wie der Politikmosis sich ändert. Seit ein paar Monaten leite ich die Wissenschaftsplattform 2030 für die Bundesregierung und spreche mit ganz vielen Menschen in den Ministerien. Also in dieser Plattform gibt es Wissenschaftler einerseits, Vertreter aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft andererseits, aber auch aus vielen Ministerien, aus dem Bundeskanzleramt. Und vielen dämmert oder haben erkannt, dass der Modus der Politik so den heutigen Herausforderungen nicht mehr wirklich entspricht. Denken Sie an den Klimaschutzplan, der zerrieben wurde zwischen den Ministerien. Viele wünschen sich, dass Nachhaltigkeit im Mittelpunkt der Regierungsarbeit steht und dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen den Ministerien, fachübergreifend. Der Konkurrenzmodus der Politik ermöglicht das aber heute nicht. Das heißt, wir brauchen neue Formen der Entscheidungsfindung, ein kooperatives Betriebssystem. Aber Demokratie war nie in Stein gemeißelt, sie hat sich immer weiterentwickelt. Das ist also eigentlich kein Problem. Wir brauchen aber politische Einbildungskraft. Wir brauchen Zukunftsvorstellungen, wie es anders sein könnte. Utopische Vorstellungen haben immer zum Menschsein gehört. In den letzten 100 Jahren bestand Fortschritt darin, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass unlösbare Probleme weniger schlimm wurden, sagen wir mal. Ein Beispiel hatten wir schon. Die Menschen sollten frei sein und gleich vor dem Gesetz und dadurch ist die Sklaverei abgeschafft worden. Ein Paradigmenwechsel. Welche Rahmenbedingungen brauchen wir heute, um Verantwortung zu nehmen für die Zukunft? Um den Klimawandel und die technologischen Entwicklungen in den Griff zu bekommen? Das nächste Mal, wenn ich ein Insel-Experiment mit Jugendlichen mache, werde ich sie über die Ziele diskutieren lassen, die sie gemeinsam haben wollen. Darüber entsteht eine Erzählung, wer sie sind und aus dem resultieren dann letztlich die Regeln. Wenn wir also gemeinsame Ziele anstreben und dadurch unsere politische Gemeinschaft erneuern, überwinden wir die Krise der Demokratie. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.